Hallo Leute, dieses Video ist für alle 98-Klässler aus Rottenburg und Umgebung. Am 18. Juli, Samstag, findet hier in unserem wunderschönen Sportpark der AOK Beach Cup statt. Anmelden könnt ihr euch bis Mittwoch, den 8. Juli. Zudem findet hier der TVR Future Day statt, bei dem ihr interessante Unternehmen aus der Region kennenlernen könnt. Meldet euch an, habt Spaß und beacht mit!